Herr Generalsekretär, stellvertretender Generalsekretär, Freitag von Lorenhofen, werte Exzellenzen, Mitglieder des Parlaments, sehr geehrte Damen und Herren, willkommen zurück bei der Körperstiftung, Herr Generalsekretär. Wir freuen uns wieder an Ihrem Programm hier in Berlin teilnehmen zu dürfen. In diesem Jahr haben wir viele Gründe zu feiern. 70 Jahre NATO, 60 Jahre der Körperstiftung und 30 Jahre seit dem Fall der Berliner Mauer. Ich muss sagen, ich bin hin und her gerissen, welches diese Ereignisse den größten Einfluss auf mein Leben hatte. Aber ich kann mit Sicherheit sagen, ohne jedes dieser Ereignisse wären wir heute nicht hier. Meine Damen und Herren, seit nunmehr sieben Jahrzehnten bewahrt die NATO Frieden und Stabilität in Europa. Es ist ohne Zweifel die erfolgreichste Allianz der Geschichte. Im Jahr 2008 betonte man am Rundentisch in Bergedorf die Zukunft der NATO. Und der verstorbene Paul Schröder machte die richtige Bemerkung, dass die NATO aus historischer Sicht in dreifacher Hinsicht einzigartig ist. Erstens. Keine andere Allianz hat jemals einen Konsens über eine praktische und konkrete Definition von Frieden erhalten und erweitert, so wie es die NATO getan hat. Kein anderes Bündnis in der Geschichte hat die politische Aussöhnung und Integration so gefördert wie die NATO. Und drittens. Kein anderes Bündnis in der Geschichte war es so erfolgreich dabei, seinen Feind und seine Bedrohungen zu überleben. Der erste NATO-Generalsekretär, Hastings Ismay, machte die denkwürdige Feststellung, dass der Zweck der NATO darin bestand, ich zitiere, die Russen draußen, die Amerikaner drinnen und die Deutschen unten zu halten. Vor zehn Jahren an unserem Rundentisch in Bergedorf hielten wir diese Aussage für eher obsolet. Aber heute? Die NATO ist heute mit einem neokaiserlichen Russland an ihrer Ostflanke konfrontiert, was für unsere Verbündeten in Polen oder den baltischen Staaten eine große Sorge darstellt. Und die Vereinigten Staaten zeigen neue Muster des Isolationismus. So bleibt das Halten der Amerikaner drinnen, ein überraschend relevanter Begriff. Aber was ist mit dem Begriff, die Deutschen unten halten? Nun, ich denke, ein übermäßig dominantes Deutschland im Sinne einer Großmacht, die in den Griff bekommen werden muss, gehört zu den geringsten Problemen der NATO. Im Gegenteil, es ist kein Geheimnis, dass viele Verbündete sich wünschen, dass Berlin eine aktivere Verteidigungspolitik betreibt, im Allgemeinen und im Besonderen innerhalb des Bündnisses. Natürlich gibt es noch andere Herausforderungen. Die Frage der Lastenverteilung, die Türkei, der Kampf gegen Terrorismus und Proliferation, der Schutz offener Seeverkehrswege, um nur ein paar zu nennen. Und die vielleicht größte Herausforderung für die NATO ist jedoch die Krise des Westens. Die Tatsache, dass der Westen unter großen Druck geraten ist, von außen und von innen. Einige hören bereits das Läuten der Todesglocke des Westens. Nicht nur, dass der Westen aber nicht tot ist, sondern in der Tat bin ich überzeugt, dass die Welt den Westen braucht. Deshalb freue ich mich sehr, dass Thomas Kleine Brockhoff heute bei uns ist, der ein ausgezeichnetes Buch mit diesem Titel geschrieben hat, nämlich Die Welt braucht den Westen, die vor zwei Monaten von der Körperstiftung veröffentlicht wurde. Es ist ein leidenschaftliches Plädoyer für einen Neuanfang der liberalen Ordnung und eine sehr empfehlenswerte Lektüre. Aber obwohl die Welt den Westen braucht, steht außer Frage, dass dieser nicht mehr der Nabel der Welt ist. Die globale Ordnung wandelt sich in eine multipolare Zukunft. Und um fit zu bleiben, muss sich die NATO anpassen. Doch Veränderung anzunehmen bedeutet, nicht den eigenen Kern aus den Augen zu verlernen. Kehren wir zurück zu Generalsekretär Ismay. Ich zitiere, der erste Punkt, den der durchschnittliche Mann und die durchschnittliche Frau begreifen müssen, ist, dass die NATO für den Frieden durch kollektive Sicherheit existiert. Frieden zuerst, Frieden zuletzt und Frieden die ganze Zeit. Frieden war auch das Leitmotiv von Kurt Körber, als er 1959, zehn Jahre nach der Gründung der NATO, diese Stiftung gründete. Nachdem er die Schrecken des Zweiten Weltkrieges durchlebt hatte, machte er es sich zur Lebensaufgabe, Frieden und Völkerverständigung zu fördern. Er gründete die Körberstiftung aus der Überzeugung heraus, dass Konflikte in Situationen entstehen, die von Missverständnissen und fehlendem Austausch geprägt sind. Sein Credo, miteinander reden statt übereinander, ähnelt eigentlich dem NATO-Motto, nämlich Animus in Consulendo Liber, was so etwas wie ein Geist der unabhängigen Beratung bedeutet. Es gibt eine Lektion, die sich auf unsere verschiedenen Aktivitäten bezieht. Die Beteiligung der Bürger, der Öffentlichkeit an einer nachhaltigen Debatte über Sicherheit und Verteidigung in Europa. Mit unserem Körper-Global-Leaders-Dialogue heute mit Ihnen, Herr Generalsekretär, morgen mit Mike Pompeo und nächste Woche mit Sergej Lavrov während des Pariser Friedensforums wollen wir einen aktiven Beitrag dieser Art zur Debatte leisten, im Sinne von Miteinander reden, im Sinne von einem Geist der unabhängigen Beratung. Herr Generalsekretär, wir freuen uns sehr darauf, Ihre Gedanken zu den Herausforderungen der NATO 70 Jahre nach Ihrer Gründung und 30 Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer zu hören. Sie haben sich auch freundlicherweise bereit erklärt, im Anschluss daran einige kurze Fragen in einer Diskussion zu stellen und zu beantworten, die von meiner Kollegin Nora Müller, der Geschäftsführerin unserer Abteilung für internationale Angelegenheiten, moderiert wird. Ich möchte mir auch noch einen Moment Zeit nehmen, um Andreas von Brandt und der gesamten NATO-Delegation dafür zu danken, dass sie die heutige Veranstaltung ermöglicht haben. Meine Damen und Herren, vor 30 Jahren, diese Woche war der Fall der Berliner Mauer, der nur weniger als einen Kilometer von hier entfernt lag, ein wichtiger Meilenstein für uns Deutsche, für das Bündnis und für die zukünftigen Demokratien und NATO-Mitglieder. 1989 und in den folgenden Jahren wurde Europa schließlich ganz, frei und in Frieden lebend. Heute ist die Nordatlantische Allianz erwachsen geworden. Ja, sie hat einige Falten, aber sie lebt, sie tritt in die Höhe, sie wächst und ist sicherlich nicht veraltet. Oder, wie ein einziger Beobachter es kürzlich formuliert hat, die alte Dame hat im Alter von 70 Jahren viel Kraft in sich. Keine Sorge, ich werde jetzt nicht anfangen zu singen, aber ich werde es sagen, und zwar von ganzem Herzen, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag NATO, Herr Generalsekretär. Sie haben das Wort. Exzellenzen, meine Damen und Herren und Thomas und Nora. Es ist immer eine große Freude, bei der Körperstiftung zu sprechen. Normalerweise treffen wir uns immer beim Frühstück und normalerweise bekomme ich da Kaffee und Essen. Jetzt kriege ich weder das eine noch das andere. Nur ein Glas Wasser. Aber wir werden mehr Food for Thought, also Nahrung für unsere Gedanken bekommen. Und unabhängig, ob es Essen gibt oder nicht, freue ich mich sehr, hier zurück zu sein bei der Körperstiftung. Umso mehr am Vorabend dieses wichtigen Jubiläums. Heute in dieser pulsierenden Stadt Berlin zu sein, ist es schwer, sich vorzustellen, wie anders die Welt aussah vor nur einer Generation. Eine geteilte Stadt, ein Land, das in zwei Hälften gerissen war, ein Kontinent, der in den Tiefen eines Kalten Krieges erstarrt war. Umso wichtiger ist es, sich daran zu erinnern oder sich zu erinnern an die Tapferkeit unzähliger Männer und Frauen in Ostdeutschland und in Mittel- und Osteuropa, die sich gegen Angst und Unterdrückung werten. Deutschland versteht den Wert von Freiheit und Demokratie mehr als viele andere. Und die Geschichte Deutschlands zeigt, wie wichtig eine starke Verbindung zwischen Europa und Nordamerika ist. Unsere transatlantische Allianz wurde 1949 als Schutzschild gegen Aggressionen gegründet. Gegründet auf unserem feierlichen Versprechen, uns gegenseitig zu schützen und zu verteidigen. Alle für einen und einer für alle. 1955 erweiterte die NATO dieses Versprechen auf die Bundesrepublik Deutschland. Eine bemerkenswerte Geste des Vertrauens, so kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Einem ehemaligen Gegner eine Beteiligung an unserer gemeinsamen Sicherheit anzubieten, um nicht die Fehler der Vergangenheit zu wiederholen, sondern die Verpflichtung, gemeinsam einen einzigartigen Raum des Friedens und des Wohlstands aufzubauen. Denn die NATO war schon immer viel mehr als nur ein militärisches Bündnis. Sie ist ein politisches Bündnis, ein beispielloses Versprechen zur Erhaltung des Friedens, zur Verhinderung von Konflikten und zur Hochhaltung unserer Werte. Das ist wahrer Multilateralismus. Deutschland ist seit Jahrzehnten fest in unserer transatlantischen Allianz verankert. Damit wurde der Rahmen für die Sicherheitspolitik dieses Landes zu jedem kritischen Zeitpunkt geschaffen. Von der Westbindung von Bundeskanzler Adenauer bis zur Ostpolitik von Bundeskanzler Brandt und schließlich ebnete das Ganze den Weg für Bundeskanzler Kohl's Weg zur Wiedervereinigung Deutschlands und zur Vertiefung der europäischen Integration. Diese Geschichte der Versöhnung spiegelt sich in so vielen Familien wider, einschließlich meiner eigenen. Mein Großvater war Kriegsgefangener und er wurde ein Freund Deutschlands. Mein Vater war 1950 in der norwegischen Brigade in Schleswig-Holstein tätig und er wurde ein großer Bewunderer dieses Landes. Und ich bin stolz darauf, diese Familientraditionen fortzusetzen. Also, im Jahr 2000, als ich norwegischer Premierminister wurde, machte ich meinen Antrittsbesuch nach Deutschland. Es war dieser gleiche Wunsch nach Versöhnung und der dazu beitrug, Freunde und Verwandte wieder zu vereinen. Ost und West war also dieser gleiche Wunsch nach Versöhnung, der dazu beitrug, Freunde und Verwandte wieder zu vereinen. Ost und West nach 40 Jahren des Kalten Krieges. Für meine Generation war der Fall der Berliner Mauer ein entscheidender Moment. Und in dieser Nacht waren wir alle Berliner. Wie so viele andere klebte ich an meinem Fernseher fest. Ich hielt meinen Sohn, der nur ein paar Monate alt war. Ich hielt ihn in meinen Armen. Das fühlte sich wirklich wie ein wirklicher Neuanfang an. Das hieß, dass eine Generation im Gegensatz zu derjenigen meines Großvaters, von meinem Vater und meiner eigenen, in einer Welt ohne Barrieren aufwachsen konnte. Und ohne die ständige Gefahr eines Krieges. Die Bilder von Hunderten von Menschen, die diese Mauer niederrissen, wurde zur Ikone. Ein Appell für die Verfechter der Freiheit und der unterdrückten Menschen überall. Aber wie wir wissen, hatten die Mauer bereits angefangen einzustürzen. Ebenfalls in ganz Mittel- und Osteuropa. In den Werften von Danzig, dem Geburtsort von Solidarność. Im pan-europäischen Picknick an der österreichisch-ungarischen Grenze. Bei den friedlichen Protesten auf den Straßen von Dresden, Leipzig und Prag. Und bei den zwei Millionen Menschen, die eine Menschenkette von Vilnius über Riga bis Tallinn bildeten. Das hat diese Ereignisse so bemerkenswert gemacht. Die Macht des friedlichen Protestes. Die Kraft der Solidarität und Teil von etwas Größerem zu sein. Und das ist es, was die transatlantische Bindung so wichtig macht, wo keine Nation alleine steht und keine Barriere zu groß ist. Die Bindung zwischen Europa und Nordamerika ermöglichte die Wiedereingliederung Deutschlands in die europäische und internationale Gemeinschaft. Den Kalten Krieg zu beenden, ohne dass dabei ein Schuss abgegeben wurde. Und um die Voraussetzungen für die europäische Integration zu schaffen. Die Wiedervereinigung Deutschlands und Europas wäre ohne die Sicherheitsgarantie der Vereinigten Staaten nicht möglich gewesen. Und die weitere europäische Integration wurde unter dem Dach der Sicherheit der NATO ermöglicht. Für die Länder Mittel- und Osteuropas war die NATO-Mitgliedschaft der erste Schritt zur Integration in die euroatlantische Familie. Ein Motor für Demokratie und Reformen. Ein Schritt zu mehr Wohlstand und ein Vorläufer der EU-Mitgliedschaft. Die NATO und die Europäische Union sind zwei Seiten derselben Medaille. Unverzichtbare Partner für Frieden und Wohlstand in Europa. Jedweder Versuch, Europa von Nordamerika zu distanzieren, wird nicht nur die transatlantische Allianz schwächen, sondern stellt auch eine Gefahr für eine Spaltung Europas selbst dar. Die europäische Einheit kann die transatlantische Einheit nicht ersetzen. Ich begrüße nachdrücklich die Bemühungen zur Stärkung der europäischen Verteidigung. Dies kann die Fähigkeiten und die Lastenverteilung innerhalb der NATO verbessern. Aber die Europäische Union kann Europa nicht allein verteidigen. Hier geht es zum Teil um militärische Macht. Denn nach Brexit werden 80% der Verteidigungsausgaben der NATO von Nicht-EU-Verbündeten stammen. Und Deutschland wird das einzige EU-Land sein, das eine der NATO-Kampftruppen im Osten des Bündnisses anführt. Dabei geht es auch um Geografie. Von Norwegen im Norden, zur Türkei im Süden und zu den USA, Kanada und Großbritannien im Westen. Alle sind der Schlüssel zur Sicherheit Europas. Ich sage all dies in dem Wissen, dass viele von Ihnen vielleicht über die Meinungsverschiedenheiten und die Unterschiede und Spaltungen zwischen den NATO-Verbündeten nachdenken. In Bezug auf Handel, Energie, Klimawandel, den Iran. Und zuletzt auch bezüglich der Situation im Nordosten Syriens. Wir hatten in der Vergangenheit bereits gravierende Differenzen. Von der Suez-Krise 1956 bis zum Irakkrieg 2003. Aber letztendlich ist es uns immer gelungen, uns um unsere Kernaufgaben herum zu vereinen und sich gegenseitig zu schützen und zu verteidigen. Die NATO ist die einzige Plattform, auf der sich Verbündete aus Europa und Nordamerika täglich treffen können, um schwierige Fragen zu diskutieren, die unsere gemeinsame Sicherheit betreffen und um unsere fast eine Milliarde Bürger zu schützen. Konsens ist dabei nicht immer einfach. Also ich weiß das, weil ich ja schon lange dabei bin. Aber unsere Einheit ist für unsere gemeinsame Sicherheit unerlässlich. Und er liegt im nationalen Interesse eines jeden von uns. Dies ist gut für Nordamerika und gut für Europa. Deshalb haben wir alle die Verantwortung, unsere Differenzen heute zu überwinden, wie wir es auch in der Vergangenheit getan haben. Weil wir mit einer unberechenbaren Welt konfrontiert sind und in unsicheren Zeiten müssen wir zusammenhalten. Wir brauchen starke, multilaterale Institutionen wie die NATO. Ein selbstbewussteres Russland ist ein Schlüsselfaktor für die zunehmende Unvorhersehbarkeit, mit der wir uns konfrontiert sehen. Die illegale Annexion der Krim war das erste Mal nach dem Zweiten Weltkrieg, dass ein Land das Gebiet eines anderen in Europa eingenommen hat. Nordamerika und Europa haben gemeinsam und entschlossen reagiert. Die NATO hat die größte Verstärkung unserer kollektiven Verteidigung seit dem Ende des Kalten Krieges vorgenommen. Und die Europäische Union ist bei der Verhängung von Wirtschaftssanktionen standhaft geblieben und haben damit Russland die Folgen einer Verletzung des Volkerechts demonstriert und die Stärke der transatlantischen Bindung aufgezeigt. Die Rüstungskontrolle und der Ausstieg aus dem INF-Vertrag zeigen erneut, wie wichtig die transatlantische Einheit ist. Russland hat neue Mittelstreckenraketen eingesetzt bzw. stationiert unter klarer Verletzung des INF-Vertrags. Ein Vertrag, der über 30 Jahre lang ein Eckpfeiler der Rüstungskontrolle war. Ein Vertrag, der nur von einer Seite eingehalten wird, jedoch kann uns nicht sicher machen. Aus diesem Grund haben alle Bündnispartner die Entscheidung der Vereinigten Staaten unterstützt, Anfang dieses Jahres aus dem Vertrag auszusteigen. Die Position der NATO ist eindeutig. Wir werden alles Notwendige tun, um die Sicherheit unserer Bürger zu gewährleisten. Aber wir werden nicht nachmachen, was Russland tut. Wir wollen kein neues Wett rüsten. Wir wollen keinen weiteren Kalten Krieg mehr. Und wir haben nicht die Absicht, neue landgestützte Atomraketen in Europa zu stationieren. Die NATO-Verbündeten setzen sich weiterhin für eine wirksame Rüstungskontrolle, Abrüstung und Nichtverbreitung ein und ist offen für einen sinnvollen Dialog mit Russland. Der INF-Vertrag war ein bilaterales Abkommen zwischen den Vereinigten Staaten und der ehemaligen Sowjetunion, wie Sie alle wissen. Aber die NATO bot allen Bündnispartnern eine Plattform, um gemeinsame Entscheidungen zu treffen, wie bei anderen richtungsweisenden Rüstungskontrollverträgen in der Vergangenheit und so wie es auch heute noch ist. Eine starke transatlantische Verbindung prägt unsere Rüstungskontrollarchitektur und unsere gemeinsame Sicherheit. Eine weitere Herausforderung, die ein Zusammenwirken zwischen Europa und Nordamerika erfordert, ist der Kampf gegen den internationalen Terrorismus. Seite an Seite in der von den USA geführten Global Coalition haben wir enorme Fortschritte im Kampf gegen den IS erzielt, wobei riesiges Territorium und Millionen von Menschen im Irak und in Syrien befreit wurden. Die Situation im Nordosten Syriens ist nach wie vor schwierig. Es gibt unterschiedliche Ansichten unter den Verbündeten. Die Verbündeten sind sich jedoch einig, dass die Gewinne, die wir im Kampf gegen unseren gemeinsamen Feind IS erzielt haben, dass diese gesichert werden müssen. Und das Engagement für unsere Missionen und Operationen in der Region Auftrag zu erhalten, einschließlich der NATO-Ausbildungsmissionen im Irak und in Afghanistan und um eine politische Lösung für die Krise in Syrien durch UN-geführte Bemühungen zu finden. Europa und Nordamerika müssen auch zusammenarbeiten, um eine sich verändernde geostrategische Landschaft zu verstehen und darauf zu reagieren. Dazu gehören der Aufstieg Chinas und das rasante Tempo des technologischen Wandels. China wird bald die größte Volkswirtschaft der Welt haben. Und China verfügt bereits über den zweitgrößten Verteidigungshaushalt und investiert starke Neufähigkeiten und Kapazitäten. Erst in den letzten fünf Jahren hat China seine Marine um 80 Schiffe und U-Boote erweitert. Das entspricht der gesamten British Royal Navy. Es hat hunderte von Raketen mit einer Reichweite, die durch den INF-Vertrag verboten gewesen wären. Und es zeigte kürzlich eine neue Überschallkreuzrakete, eine Reihe neuer Drohnen und Antischiffsraketen und Überschallgleiter. China entwickelt sich zu einem weltweiten führenden Unternehmen in der Entwicklung neuer Technologien. Von 5G bis zur Gesichtserkennung und vom Quantencomputer bis zur Erfassung riesiger Mengen an globalen Daten. Wir müssen also verstehen, was die zunehmende Größe und Tragweite des chinesischen Einflusses bedeutet für unsere Sicherheit. Und zwar nicht nur für unsere gemeinsame Sicherheit, aber auch für Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Der beste Weg, dies zu erreichen, ist die Zusammenarbeit zwischen Europa und Nordamerika. Weil wir die Hälfte der Wirtschaftskraft der Welt repräsentieren und die Hälfte der militärischen Macht der Welt. Wir sind stärker, wenn wir auf der globalen Bühne miteinander sprechen. Und wir sind sicherer, wenn wir zusammenstehen, um uns den zukünftigen Herausforderungen zu stellen. Das Paradoxon ist, dass Europa und Nordamerika trotz der Unterschiede, die wir sehen, heute mehr gemeinsam tun als seit vielen Jahren. Die Vereinigten Staaten lassen Europa nicht im Stich, ganz im Gegenteil. Sie investieren in die Sicherheit Europas mit mehr Truppen, Infrastruktur und Übungen. Nach dem Fall der Berliner Mauer haben die Vereinigten Staaten ihre militärische Präsenz in Europa schrittweise reduziert. Der letzte US-Kampfpanzer verließ Bremerhaven 2013. Jetzt sind sie mit einer vollgepanzerten Brigade zurück. Und im nächsten Jahr wird es den größten Einsatz von US-Truppen in Europa für eine Übung in 25 Jahren geben. Deutschland wird die logistische Drehscheibe für diese Defender 2020-Übung sein. Ein Beweis für das eiserne Engagement der Vereinigten Staaten für Europa und die Rolle Deutschlands im Zentrum der Allianz. Auch die europäischen Verbündeten und Kanada verstärken sich. Investitionen werden getätigt in moderne Fähigkeiten und die Bereitschaft unserer Kräfte. Fünf Jahre in Folge steigende Verteidigungsausgaben. Und bis Ende des nächsten Jahres werden ihre Verteidigungshaushalte um weitere 100 Milliarden Dollar aufgestockt. Das sind gute Nachrichten. Und ich bin zuversichtlich, dass wir die Dynamik beibehalten werden. Nicht, weil die Vereinigten Staaten es verlangen, sondern weil unsere Freiheit nicht umsonst ist. Und weil wir in einer unberechenbareren Welt weiterhin für die Sicherheit unserer Bürger sorgen müssen. Wir können es uns nicht leisten, selbstgefällig zu werden. Wir brauchen ein starkes Deutschland im Mittelpunkt der NATO und der europäischen Sicherheit. Deutschland ist ein hochgeschätzter NATO-Verbündeter. Deutschland leistet wichtige Beiträge zu NATO-Missionen und Operationen vom Kosovo bis nach Afghanistan. Sie führt unser Very High Readiness Force an, um unsere Fähigkeit zu verbessern. Überall und jederzeit einsatzbereit zu sein. Und Deutschland beherbergt ein neues NATO-Kommando in Ulm, um sicherzustellen, dass unsere Streitkräfte schnell und einfach durch ganz Europa eingesetzt werden können. Deutschland hat sich über viele Jahrzehnte hinweg als zuverlässiger Verbündeter erwiesen. Ein verantwortungsbewusster, globaler Marktführer und eine treibende Kraft hinter einer stärkeren und tieferen Europäischen Union. Diese größte europäische Wirtschaft muss auch weiterhin eine führende Kraft innerhalb unserer transatlantischen Allianz bleiben. Meine Damen und Herren, Die Welt, in der wir uns befinden, heute, ist ganz anders als 1989. Aber eines bleibt gleich. Die Notwendigkeit einer starken Verbindung zwischen Europa und Nordamerika. Deutschland braucht eine starke NATO. Und die NATO braucht ein starkes Deutschland. Wir haben in der Vergangenheit mit scheinbar unüberwindbaren Barrieren zu kämpfen gehabt. Aber, wie die Geschichte uns zeigt, ist kein Hindernis zu groß für uns, wenn wir vereint stehen. Vor 30 Jahren wagte es eine Generation, das Unmögliche zu träumen. Heute muss unsere Generation ihren Kampf fortsetzen, damit die nächste Generation zuversichtlich in die Zukunft blicken kann. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus Herr Generalsekretär, vielen Dank für diese wahrhaft inspirierende Rede. Ich denke, ich spreche da auch im Namen unserer Zuhörerschaft. Ich freue mich, dass Sie ein paar Minuten bleiben, um ein paar Fragen zu beantworten. Sie haben eine ganze Reihe an Themen angesprochen. Wir können ja mit dem Elefanten im Raum anfangen. Sie haben nämlich gesagt, dass die USA Europa nicht im Stich lassen, sondern ganz im Gegenteil. Das hört sich natürlich ganz gut an für alle in Nordatlantika. Aber wir wissen, dass aus Washington D.C. auch andere Stimmen zu vernehmen sind. Dass zum Beispiel die NATO vielleicht obsolet sei oder vielleicht auch nicht. Dass wir zu wenig zahlen und dass die US-Amerikaner alles übernehmen. Dass man ein paar Rechnungen mal uns ausstellen sollte. Glauben Sie also, dass wenn Präsident Trump wiedergewählt wird nächstes Jahr, wir uns wieder hier treffen, um den 80. Geburtstag der NATO zu feiern? Kurz und bündig ja. Ja, also ja, das glaube ich. Und ich würde gerne was dazu sagen. Es gibt keine Garantie, denn wir sind ja 29 Demokratien und Demokratien beinhalten verschiedene Meinungen und auch Meinungsverschiedenheiten. Also Sie können ja nicht von allen NATO-Alliierten erwarten, dass man immer die gleiche Meinung vertritt. Also ich bin in den 60ern und 70ern in Norwegen aufgewachsen und da war wirklich die Diskussion, ob wir in der NATO bleiben sollen damals. Also das heißt ja nicht, dass wir gegen die NATO sind, wir sind ja immer noch Freunde. Also sehen Sie, es ist normal. Es ist eine offene Debatte, es sind offene Diskussionen. Es gibt Meinungsverschiedenheiten. Das ist keine Aussage oder kein Zeichen der Schwäche, sondern der Stärke. Dieses Bündnis ist neben diesen oder trotz dieser Missverständnisse ein Bündnis, in dem wir uns gegenseitig verteidigen und diese Meinungsverschiedenheiten überkommen. Diese Differenzen überschreiten können. Also wir hatten 1956 ja schon diese Diskussion, aber ich war auch 2003 in den Diskussionen und das war nicht einfach, als wir über den Irakkrieg diskutierten. Aber die NATO hat immer geschafft, dass die Verbündeten zusammenstehen und für die NATO sich einsetzen. Also es ist unsere Aufgabe zu entscheiden, aufzustehen, diese Differenzen irgendwie zu überkommen und gemeinsam zu kämpfen. Also es gibt keine Naturgewalt, die das irgendwie für uns tun wird. Wir müssen das ins Leben rufen. Es macht also keinen Sinn, sich zu beschweren, sondern es gilt etwas zu tun, die Probleme und Themen zu lösen. Das kann ich ja auch nicht abstreiten. Die verschwinden nicht einfach, sondern wir müssen entweder alles lösen und damit auch sicherstellen, dass unsere Einheit, unsere Einigkeit dadurch nicht zerstört und zerrüttet wird. Also ich bin, wie Sie wissen, ein Politiker. Und in der Politik ist es oft so, wie man sagt, dass man gute Rhetorik hat und manchmal nicht so eine gute Substanz oder so guten Inhalt da drin. Zumindest in Norwegen sagt man das, vielleicht sagt man das in Deutschland nie, aber in der NATO ist es tatsächlich der Gegensatz. Die Rhetorik ist nicht immer die beste, das gebe ich wohl zu. Aber wenn Sie sich die Fakten im Grunde anschauen, dann sehen Sie, dass wir seit Jahrzehnten zusammen kämpfen wollen. Wir wollen unsere Kräfte, unsere militärischen Einheiten verbinden. Denn der Osten hat sein Militär um das Dreifache erhöht. Und wir haben jetzt in den nächsten fünf Jahren auch mehr Etat, den wir weiterhin investieren in die NATO, nicht nur in Europa. Also ich unterschätze nicht die Herausforderungen und die Probleme. Und ich sehe, dass wir verschiedene Probleme haben. Aber wenn es um die eigentliche Aufgabe der NATO geht, nämlich die kollektive Verteidigung, dann liefern wir mehr Inhalte, mehr Substanz, als wir die letzten Jahre, für viele Jahre geliefert haben. Und das hilft. Also die Rhetorik ist vielleicht nicht immer die beste, aber der Inhalt zählt. Ja, das hilft tatsächlich. Ja, ich mag Ihre Leidenschaft, Herr Generalsekretär, die Sie hier an den Tag legen. Lassen Sie mich noch mit etwas konfrontieren, was Ihre Vorgänger nämlich sagten. Anders Rasmussen sagte nämlich, dass die NATO militärisch stark ist, also in der Substanz, aber politisch schwach. Und manche Menschen sagen, das nennt man Stoltenberg, Paradoxon ist. Anders Rasmussen hatte da vielleicht Unrecht. Also ich würde ihn niemals kritisieren. Das steht mir gar nicht zu. Aber ich verstehe den Sinn. Also mit all diesen Wörtern sagt er das, was ich gerade gesagt habe, nämlich, dass es um die Substanz geht, den Inhalt, nämlich, wenn es darum geht, was wir eigentlich machen, nämlich gemeinsam kämpfen, wir modernisieren, wir geben auch mehr aus, als wir die letzten Jahrzehnte getan haben. Ich habe eine Liste aufgestellt, also auch mit den Kommandeuren hier in Deutschland. Und wir sehen auch, dass Deutschland mehr ausgibt in der NATO. Das ist also der Inhalt, die Substanz der NATO. Ja, wir haben Differenzen und Meinungsverschiedenheiten. Diese Differenzen sind real. Aber diese Vereinbarungen zum Handel oder zum nuklearen Verfahren, die sind real. Wir müssen aber in der Lage sein, diese verschiedenen Meinungsverschiedenheiten, diese Differenzen zu klären. Und solange wir das schaffen, können wir die Konsequenzen für die NATO minimieren. Und wir waren bis jetzt sehr erfolgreich in diesem Bestreben. Also das ist erstmal meine Botschaft. Das ist meine Antwort darauf, auf dieses Zitat. Ich weiß nicht, ob es für Fragen gestellt werden, aber wenn man jetzt in die USA mal reist, man kann nicht sagen, in der ersten Pressekonferenz mit Herrn Trump sagte er, lassen Sie mich zitieren, dass er immer sagte, dass die NATO obsolet sei, aber sie ist nicht mehr absolut. Nicht mehr. Dank Ihnen hat er das gesagt. Das mag sein, aber es ist eine gute Sache. Nicht wahr? Ja, zweitens ist die Präsenz in Europa weiter aufgebaut worden und außerdem, wenn wir auf die USA schauen, dann haben wir einen Rekord hoch, wenn es um die Unterstützung der Bevölkerung in der NATO geht. Also das ist wirklich ein Rekord hoch und wenn wir auf den US-Kongress schauen, da haben wir auch einen großen Anteil der Befürworter der NATO. Also überall auf der Welt wissen wir, dass es keine Garantien gibt, aber es ist ganz wichtig, diese politische Unterstützung in den USA zu haben, so wie wir sehen für die NATO und das ist deswegen, dass sie auch festgestellt haben, dass die NATO auch für sie wichtig ist. Also Artikel 5 ist natürlich nochmal hochgeholt worden seit dem 11. September, nach den Anschlägen des 11. September. Aber außerdem macht man sich in den USA Sorgen über die Größe Chinas. Die USA waren ja immer die größte Wirtschaft weltweit, also eigentlich das Größte über alles sozusagen oder in allem. Jetzt ist China das Größte, also das größte Bruttosozialprodukt, die größte Wirtschaft und auch am meisten fortgeschritten, wenn es um Technologieentwicklung geht. Also wenn sie sich Sorgen um ihre Größe machen, dann sollten sie sich ihre Freunde in der Nähe halten, damit sie sie unterstützen können, wenn es brennt. Also wir sind Freunde immer noch in der NATO und wir sind da einer Meinung. Herr Generalsekretär, einige Leute sagen, dass die NATO zwei Probleme hat. Ein amerikanischer und ein deutsches Problem haben, also ich weiß, dass Sie nicht mit dem übereinstimmen, aber lassen Sie uns ein wenig über Deutschland sprechen. Es heißt, dass Sie die Sozialdemokraten vorziehen. Ich wollte Sie fragen, in Bezug auf diese Debatte hier in Deutschland, die SPD ist gegen eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben. Was ist Ihre Botschaft an Ihre Genossen hier in Deutschland? Also ich bin norwegischer Sozialdemokrat und als ich Generalsekretär wurde, habe ich beschlossen, mich der Parteipolitik abzuwenden. Also das heißt aber nicht, dass ich mich der deutschen Parteipolitik anschließen wollte. Also ich glaube, es wäre absolut falsch, wenn ich jetzt Teil der innenpolitischen Debatte werden würde. Und ich möchte in eine solche Debatte gar nicht reingezogen werden, weil das würde meine Aufgabe untergraben. Ich muss die Bündnispartner zusammenhalten. Wir sind nicht zwei Bündnispartner, sondern 29. Also das wird uns nicht helfen. Und was ich aber sagen kann, ist, dass ich erwarte, dass alle Bündnispartner ihren Verpflichtungen gerecht werden. Und wir haben uns verpflichtet, Verteidigungsausgaben zu erhöhen. Und Deutschland wie Norwegen und wie alle anderen Bündnispartner, sie sollten nicht investieren in die Verteidigung, um mir einen Gefallen zu tun oder den Vereinigten Staaten. Nein, sie sollten die Verteidigungsausgaben erhöhen, weil es im Interesse Deutschlands liegt, für die eigene Sicherheit, um sicherzustellen, dass alle Leute auch Deutschland verteidigen können und dass die NATO sich selber schützen kann. Darum geht es. Wir brauchen die Einsatztruppen, wir brauchen sehr gute, ausgebildete Truppen. Und das kann ich auch sagen, bevor ich Generalsekretär wurde. in den 90ern, Entschuldigung, aber ich war auch der Finanzminister von Norwegen und da habe ich die Budgets stark beschnitten, was die Verteidigung angeht. Das war eine meiner Spezialitäten. Das war jetzt also keine Politikempfehlung, nein, Nein, aber in den 90ern, das war ein paar Jahre nach dem Fall der Mauer, nach Ende des Kalten Krieges, wir haben alle gedacht, ja, dass wir in einer sicheren Welt leben würde und dass es eine Partnerschaft mit Russland geben würde. Wir alle haben die Verteidigungsausgaben gekürzt, weil es weniger Spannungen gab, haben wir gedacht, okay, wir können die Ausgaben reduzieren. Aber jetzt gibt es mehr Spannungen und wenn die Verteidigungsausgaben, die müssen natürlich erhöht werden, wenn es solche Spannungen gibt. Das heißt, ich weiß, dass es nicht einfach ist, diesen Haushalt zu erhöhen, aber es ist etwas, was wir tun müssen, wenn wir in einer unvorhersehbareren Welt leben. Ja, also, was die Politik in Deutschland angeht. Also, die Verteidigungsministerin hat ja eine Sicherheitszone in Nordsyrien vorgeschlagen. Ich habe es so verstanden, dass Sie also vorsichtig zustimmend waren als erste Reaktion. Denken Sie, dass dies auch auf der Agenda in London stehen wird oder wird das irgendwo verschwenden? Ja, also, das hängt natürlich von den Entwicklungen in Nordsyrien und Syrien im Allgemeinen ab. Ich glaube, dass die Hauptbotschaft ist, was in Syrien und Nordostsyrien passiert ist, das zeigt uns, wie wichtig ist, es ist, eine politische Lösung zu finden. Wir haben schon einige Fortschritte gesehen, es gibt einige neue Initiativen und wir sehen weniger Gewalt in Nordosten Syriens und wir müssen darauf aufbauen, damit wir Bedingungen schaffen können für eine politische Lösung. Deswegen finde ich diesen Vorschlag oder Vorschläge generell gut, die dabei helfen können. Aber es muss natürlich Verhandlungen geben und natürlich nicht nur zwischen den Bündnispartnern, sondern zwischen unterschiedlichen Akteuren, die in dieser Region vor Ort operieren. Das heißt, niemand kann eine Lösung diktieren oder eine Präsenz diktieren. Das ist etwas, was verhandelt werden muss und es ist zu früh und zu schwierig zu sagen, was das Ergebnis sein wird und wie es mit der militärischen Präsenz aussehen wird in Bezug auf Syrien. Dachten Sie nicht, dass es ein bisschen zu spät ist, dass jetzt, wo die Türkei und Russland sozusagen Syrien unter sich aufteilen, ja, das hängt davon ab. Also ich glaube, es ist sehr schwierig, das vorherzusehen. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass die Vereinigten Staaten öffentlich, aber auch bei den NATO-Treffen, sie haben immer die Bündnispartner darum gebeten, ihre Präsenz in Nordostsyrien zu verstärken. Vor einem Jahr wurde das öffentlich seitens der USA geäußert. Also das war jetzt nicht die Bündnispartner, oder waren nicht die Bündnispartner, die das unbedingt wollten oder sich dort zurückzuziehen. Also dann passierte all das, was danach passierte. Natürlich, wir können diskutieren, was passierte, wie es passierte, aber wir müssen uns die Realität vor Ort anschauen und dann müssen wir alles tun, damit wir eine politische Lösung finden können. Herr Generalsekretär, Ich habe eine letzte Frage, bevor ich auch das Publikum involviere. Und es geht dabei um die öffentliche Meinung. Als Sie noch Premierminister von Norwegen waren, ich glaube, Sie haben einen Nachmittag verbracht, wo Sie inkognito als Taxifahrer tätig waren. Ich fand das irgendwie lustig, weil Sie haben eine Uniform angehabt und eine Sonnenbrille aufgesetzt. Und wenn Sie das Gleiche in Brüssel machen wollten, heute, was würden Sie erwarten? Also was würden die Leute von Ihnen erwarten? Oder was würden Sie über die NATO hören von den Leuten und was wären Ihre Antworten? Also ich weiß nicht, was die Leute mich fragen würden, aber vielleicht sollte man die Taxifahrer in Norwegen anschauen. Da versteht man immer ganz gut, dass ich zurück in die Politik gehen müsste. Also die Leute wollten damals für bestimmte Sachen gar nicht aufkommen. Ich war ein ganz schlechter Fahrer, muss ich dazu sagen. Aber ich glaube, dass eine der Herausforderungen, die wir jetzt haben, ist, dass wir sollten niemals zurück zum Kalten Krieg wollen. Aber während des Kalten Kriegs gab es eine ganz klare Ordnung, also der Osten gegen den Westen, und den Warschia-Pakt gegen die NATO etc. Aber jetzt haben wir eine weitere Herausforderung und das hört man bei vielen, vielen Gesprächen, die wir so haben. Alles ist etwas mehr durcheinander. Alles ist weniger vorhersehbar geworden. Und Syrien zeigt uns das ganz deutlich. Es ist wirklich nicht einfach für niemanden. Auch, dass es so viele unterschiedliche Bedrohungen und Herausforderungen haben. Wir haben Russland mit luklearen Waffen, das Problem mit der Ukraine, der Krim, wir haben Cyberattacken, wir haben Terrorismus und natürlich auch die Differenzen, die es gibt, intern. Aber die Gespräche, die ich führe, die spiegeln doch diese Komplexität, diese unterschiedlichen Herausforderungen wieder. Ja, vielen Dank zunächst einmal, meine Damen und Herren. Jetzt haben Sie das Wort. Bitte, Sie sollten kurz sein, sich kurz halten und jede Frage sollte wirklich eine Frage sein. Und stellen Sie sich doch bitte kurz vor. Ich glaube, Johannes von Ahlefeld, wie fast immer, war sozusagen der Erste, der eine Frage stellen wollte. Ich bin der Berater der Sozialdemokraten im Deutschen Parlament. Herr Generalsekretär, die Verteidigungsminister machen jetzt den Vorschlag, einen Sicherheitsrat in Deutschland einzusetzen. Meine Frage ist, ist Ihre Erfahrung in Norwegen, haben Sie so etwas bei sich oder gibt es eine andere Möglichkeit, einen effektiven Ansatz hier, wenn es um die Sicherheit geht, anzubringen? Also, leider werde ich Ihnen da keine gute Antwort darauf geben. Ich denke, dass das jede Nation für sich und jede Regierung für sich entscheiden muss und jede arbeitet in einer anderen Art und Weise. Also, manche Regierungen haben ein ganz kleines Kabinett und dann ist tatsächlich dieses Kabinett schon dieser Sicherheitsrat. Wenn Sie ein großes Parlament haben mit vielen Ministern beispielsweise, dann formiert man zum Beispiel eine kleinere Sicherheitsgruppe, die sich mit Sicherheitsfragen beschäftigt. Also, ich kann Ihnen jetzt fast über meine eigenen Erfahrungen nur sagen. Die meisten Sicherheitsfragen werden bei uns in Norwegen mit den ganzen Ministern am runden Tisch besprochen, aber wir haben auch eine kleinere Gruppe. Ich weiß nicht, wie man die auf Englisch nennt, aber das ist eine Art Sicherheitsrat, die wir, ja, nennen Sie Sicherheitsrat oder Sicherheitskomitee in der norwegischen Regierung. Die treffen sich, nicht wir, sondern die und sie benennen teilweise Verteidigungsfragen, aber auch Resilienzfragen oder zum Beispiel Konsequenzen von Terrorismusattacken von 2011 beispielsweise. Ich denke also, es wäre absolut falsch, jetzt zu sagen, wenn man 29 Verbündete hat, zu sagen, man möchte jetzt standardisieren, wie sie ihre Regierungen zu organisieren haben. Deutschland trägt so viel Bar in die NATO-Missionen und Operationen und da sie ein guter Alliierter sind, dann können wir ihnen nicht sagen, wie sie sich in ihrer Regierung im Parlament organisieren. Das ist nicht meine Aufgabe, ihnen das vorzuschreiben. Die Dolmetscher hören leider keine Aussage ohne Mikrofon. Deutschland ist ja als ganzes Land ein Teil der NATO geworden und wir hatten ja schon mal die Perspektive, ein panneuropäisches Sicherheitssystem aufzubauen und 97, 98 wurde die Entscheidung insbesondere in den USA getroffen, dass man die NATO auf den Osten ausweiten solle. Da gab es ganz kritische Stimmen, zum Beispiel Botschafter George Cannon äußerte sich dagegen und seit 2013, 2014, seit der Krise auf der Krim scheint es mir, dass diese Kritik berechtigt war, nämlich, dass Russland irgendwie auch gezwungen sein würde, zu reagieren auf die Art und Weise, wie sie reagiert haben. Wenn wir zurückschauen auf diese Entwicklung, möchte ich Sie fragen, gibt es immer noch die Perspektive, ein panneuropäisches Sicherheitssystem aufzubauen oder werden wir in einen neuen kalten Krieg zurücktreten, zurückschreiten? Ja, danke für diese Frage. Also zunächst einmal denke ich, dass wir darüber nachdenken sollten, wie wir das wirklich benennen. Also diese Entscheidung wurde in Washington getroffen, dass man die NATO über den Osten ausweitet. Und das war, also ich bin da nicht Ihrer Meinung, das war nicht Washington, sondern das waren die Leute in Polen, in Litauen, in Estland, in Lettland, in Ungarn, die unbedingt beitreten wollten, die haben um eine Mitgliedschaft gebeten an der NATO und wir mussten nur debattieren, ob wir sie akzeptieren wollen, aber es gab keinen Zweifel daran, dass das ein demokratischer, ein demokratischer, starker Wille jener Menschen aus diesen Ländern war. Also es ging nicht darum, dass wir uns aggressiv expandieren lassen nach Osten hin, sondern die Leute haben wirklich um diese Mitgliedschaft in der NATO gebeten. Und denken Sie mal über diese Möglichkeit nach, also die Leute in Estland beispielsweise, denen kann man doch nicht sagen, Mensch, ihr seid jetzt Nachbarn Russland und Russland möchte nicht, dass ihr der NATO beitretet, na dann lassen wir euch nicht beitreten. Was ist denn das für eine Botschaft? Dann würden wir ja gleichzeitig sagen, dass wir uns wieder zurückwenden in diese alte Welt, wo man wirklich diese großen Mächte hatten, die darüber entscheiden, was die kleinen Länder nebenan machen dürfen und was nicht. Nur weil Russland nicht möchte, dass Lettland in die NATO eintritt, können wir doch nicht sagen, dass Lettland nicht eintreten darf. Also wo ist denn die Souveränität des Staates oder der Respekt gegenüber den Leuten, der Bevölkerung Lettlands? Und dann, ich sage das auch, weil ich natürlich auch die Schweden und die Finnen akzeptiere, die nicht in die NATO eintreten wollen. Auch gut. Das ist doch für die Bevölkerung der jeweiligen individuellen Staaten die individuelle Entscheidung, die zu treffen ist, die haben wir zu akzeptieren. Also bitte. Also die haben uns doch jetzt 100 Jahre schon hier alle beherrscht. Die Schweden, also das reicht ja wohl auch, nicht wahr? Also sehen Sie, man muss ja erstmal die Schweden dann hier bekämpfen. Also aber ich respektiere sie natürlich auch Österreich oder die Schweiz oder Serbien, die sich entschieden haben, der NATO nicht beizutreten. Man kann sie da auch nicht hineinzwingen, aber man muss auch die Leute in Nordmazedonien akzeptieren, die der NATO beitreten möchten, dann muss man denen das gestatten. Und nochmal vielleicht, also manche sagen, das ist eine Provokation, dass diese Staaten in die NATO eingetreten seien, weil sie ja die Nachbarn Russlands sind, aber Norwegen ist auch ein Nachbar Russlands. Stalin fand das auch nicht so gut, dass wir 49 eingetreten sind. Und Truman sagte, dann aber Stalin wird uns doch nicht diktieren, was wir zu machen haben, das wird Norwegen entscheiden, was es tun möchte. Also diese ganze Idee, dass Washington irgendwas entschieden habe, ist einfach falsch. Und gleichzeitig gab es damals 16 Mitglieder der NATO, 69 und die haben doch gemeinsam entschieden, wie es zu laufen hat. Also zunächst einmal, das Konzept ist einfach falsch an dieser Stelle. Also es ist ein Teil des Paktes von Helsinki, des Vertrags von Budapest ebenfalls, wo Russland unterzeichnet hat, auch, dass jede Nation für sich entscheiden kann, welchen Weg sie geht und ob sie Teil der NATO sein möchte oder nicht. Deswegen ist es einfach falsch zu sagen, es sei eine Provokation an irgendwen, dass jemand anderes der NATO beitritt. Die Wirklichkeit ist tatsächlich, dass die NATO Stabilität und Sicherheit geliefert hat. Wir sind Verteidigungsverbündete, wir haben Linke, wir haben Sozialdemokraten und so weiter in den NATO-Ländern. Ich war in der Regierung Sozialdemokraten, aber das ist die NATO, das ist nicht gefährlich, sondern sicher. Vielleicht schwedische Fragen hier aus dem Publikum? Claudia Major als nächstes bitte dann. Claudia Major vom Think Tank hier aus Berlin. Wir haben eine wachsende Präsenz der Chinesen hier in Deutschland. Die haben große Häfen, die haben aber auch große Firmen Huawei, wir haben auch im Mittelmeer und im Baltikum die Präsenz. Wir müssen die Chinesen sich auf uns vorbereiten, auch mit dem Wissen, dass unsere Verbündeten verschiedene Ansätze haben. Also per se ist es nicht an sich ein Problem, dass die anderen Länder ihre Infrastrukturen in unseren NATO-Ländern haben. Also es ist auch an sich kein Problem, dass China einen Hafen besitzt oder was auch immer es sei, hier irgendwo auf unserem europäischen Kontinent. Das ist also einfach der Fall. Die Herausforderung ist natürlich, ob dieser fremde Besitz unserer Resilienz irgendwie schwächt, diese Infrastruktur uns irgendwie schadet. und das ist zum Beispiel die Diskussion mit dem 5G-Netz. Deswegen hat die NATO etwas entwickelt oder wir haben erst mit den Verteidigungsministern uns vor ein paar Wochen darüber verständigt, dass wir eine neue Grundforderung, Grundbedingungen für die Infrastruktur der Telekommunikation inklusive 5G aufstellen müssen. Und diese Bedingungen oder Anforderungen sind so wichtig, denn sie benennen ganz klar, dass alle Verbündeten eine gründliche Risikoeinschätzung machen müssen und die Risiken auch mindern müssen inklusive einer Risikoanalyse, wenn es um Fremdeigentum geht, denn wir müssen sicherstellen, dass wenn wir in 5G investieren, dass wir auch ein sicheres, klares System haben, denn 5G wird sehr wichtig werden für unsere Sozialgesellschaft, für das Gesundheitswesen, für die Industrie, für die Telekommunikation, aber auch für andere militärische Operationen. Also wir haben nicht spezifische Namen, wir nennen es nicht ein spezifisches Land oder eine spezifische Firma, aber wir möchten, dass unsere Sicherheitsanforderungen von all diesen Ländern und Firmen beachtet werden, wenn es um die 5G Infrastruktur geht. Ich glaube, wir haben Zeit für noch mal zwei Fragen. Hier sehe ich eine Dame im Hintergrund. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Elke Filme von Executive Intelligence Review. Sie haben über Präsident Trump gesprochen. Er hat den Military Industrial Complex kritisiert und Sie haben auch Eisenhower angeführt und er hat das gesagt im Kontext er möchte das Regime verändern möchte und was denken Sie darüber und er hat außerdem angeprangert in Bezug auf dieses Russia Gate hat die 5 Is kritisiert die Länder die da involviert sind die seine Präsidentschaft aufhalten wollen das ist natürlich sehr wichtig und das sind große Anschuldigungen die er macht also wie kann man Terrorismus und so weiter bekämpfen also das ist ja keine gute Plattform um Kooperationen zu haben und neue Allianzen zu bilden im Gegensatz zum alten Paradigma also ich glaube an den Dialog mit Russland und ich glaube auch dass wir eine bessere Beziehung mit Russland pflegen müssen und eine der Sachen die ich die wir jetzt erreicht haben und worüber ich sehr froh bin ist es dass wir im NATO Russia Council regelmäßig Treffen haben wir lösen da nicht alle Probleme aber wir kommen zusammen wir haben Ukraine die Ukraine Abrüstung und unterschiedlichste Themen dort diskutiert wir informieren uns über unsere Übungen und ich glaube sehr stark an diesen Dialog mit Russland um unsere um unser Verhältnis mit Russland zu verbessern sie sind unsere Nachbarn wir müssen unsere Beziehung verbessern aber selbst wenn wir diese Verbindung nicht verbessern können da brauchen wir trotzdem einen Dialog insbesondere wenn es große Spannungen gibt wir müssen mit ihnen sprechen wir haben mehr Übungen wir haben mehr militärische Präsenz an den Grenzen und wir müssen sicherstellen dass wir nicht in einen Konflikt rein stolpern das heißt wir müssen um jeden Preis irgendwelche Unfälle oder Missverständnisse vermeiden und wenn so etwas passiert dann müssen wir zusehen dass das Ganze nicht außer Kontrolle gerät das heißt wir brauchen einen Dialog mit Russland und wir müssen immer mit ihnen sprechen mit unseren Nachbarn es gibt keinen also es gibt kein Problem zwischen diesen unterschiedlichen Seiten wir müssen zusammenstehen wir müssen unseren Dialog mit Russland weiter vorantreiben sonst werden sie das als Schwäche interpretieren und das kann wirklich sehr gefährlich werden und ich sage dies auch weil ich langjährige Erfahrungen als als ich Umweltminister 1990 war habe ich angefangen mit Russland zu arbeiten in Bezug auf Umweltfragen im Norden wir hatten also eine Grenzziehung im Meer in Bezug auf Fischerei Energie und da gab es regelmäßige Treffen und Kontakte mit den russischen Vertretern und das war eine Kooperation und ein Dialog mit Russland und das haben wir selbst zu den kältesten Zeiten des Kalten Krieges gepflegt und nicht gegen die NATO sondern im Sinne der NATO weil die NATO eine Plattform ist damit wir mit Russland einen Dialog pflegen können das heißt es gibt für mich hier keinen Widerspruch aber ich glaube dass wir weiter daran arbeiten müssen und für mich ist das auch eine Situation wo Deutschland den Weg aufgezeigt hat also Deutschland ist ein wichtiger Bündnispartner aber auch weil Deutschland sich immer bewusst gewesen ist wie wichtig der Dialog ist mit Moskau also und sie haben mich bezüglich der Sozialdemokraten gefragt also Helmut Schmidt und seine Kollegen haben genau diese Botschaft ausgesendet das heißt das ist ein Ansatz den wir brauchen der uns einen glaubwürdigen Dialog mit Russland ermöglicht ich hoffe sehr dass wir die Beziehung mit Russland verbessern können ich möchte sehr natürlich dass es eine Waffenkontrolle gibt aber ich glaube eben daran dass wir mit Russland sprechen müssen eine weitere Frage hier auf dieser Seite ja sie haben das Wort ich komme von afghanischen Botschaft und sie hatten gesagt dass eine Hauptherausforderung ist den internationalen Terrorismus zu bekämpfen also wie soll man das machen und außerdem auch in Bezug auf der der Involvierung der internationalen Gemeinschaft in Afghanistan und auch ihre Involvierung was wird also der neue Ansatz der Europäischen Union und der NATO sein nach dem Friedensprozess von beziehungsweise dem Abstand den Präsident Trump genommen hat ja also wir reden dabei über sehr viele unterschiedliche Dinge wenn wir über internationalen Terrorismus sprechen und unterschiedlichste Instrumente wir haben unterschiedlichste Angriffe gesehen und das waren hausgemachte Probleme die da herauf beschworen wurden und es müssen uns daran erinnern dass dieser Terrorismus geht von Leuten heraus die die Religion missbrauchen nicht unbedingt aber nur der Islam wir haben in Neuseeland das Ganze gesehen wir haben auch in Norwegen im Jahre 2011 einen Angriff gehabt und das sind Leute die andere Religionen missbrauchen abgesehen von dem Islam um so ihre Gewalt einsetzen zu können und dieser Terrorismus also da ist nicht nur NATO die Antwort denn wir müssen auch innenpolitisch den Extremismus bekämpfen durch Sozialarbeiter durch die Polizei vor Ort und das ist sehr sehr wichtig das ist aber nicht unbedingt eine NATO Aufgabe in dem Sinne sondern es geht auch um andere Instrumente die wir da brauchen und ein Teil des Kampfes gegen den Terrorismus ist auch der militärische Kampf also zum Beispiel wie auch in Afghanistan eine weitere Herausforderung die wir haben natürlich ist die NATO in der Lage Truppen zu entsenden wenn das notwendig ist wir haben das auf dem Balkan gemacht um dort die Grausamkeiten in Bosnien Herzegowina und im Kosovo zu beenden und die Herausforderung ist aber dass es ein Limit gibt wie lange NATO Partner wirklich Teil von Kampf Operationen sein können und zwar weit weg von ihren eigenen Ländern also die beste Antwort die wir haben ist es die Leute vor Ort auszubilden das heißt die Leute vor Ort zu befähigen gegen den Terrorismus vorzugehen und das ist genau das was wir jetzt in Afghanistan tun wir hatten 140.000 Truppen in Afghanistan stationiert jetzt sind es noch ungefähr 16.000 und was wir in Afghanistan machen ist dass wir die afghanischen Kräfte ausbilden um für Stabilität zu sorgen es gibt natürlich sehr viele Herausforderungen dort aber der Unterschied ist jetzt dass die afghanischen Repräsentanten nun das machen können was vorher die NATO Truppen gemacht haben das heißt wir wollen die Leute vor Ort ausbilden damit die Leute vor Ort auch den internationalen Terrorismus bekämpfen können wie auch im Irak warum machen wir das weil wir denken dass für friedliche Lösungen dass wir genau diesen Ansatz brauchen eine klare Botschaft an die Taliban auszusenden und dass sie nicht gewinnen werden sie werden nicht gewinnen und das wird für sie bedeuten dass sie sich in Friedensgespräche einbringen müssen und Kompromisse eingehen müssen das heißt wir wollen in Afghanistan bleiben und wir senden auch diese Botschaft aus und dann werden eventuell die Taliban endlich verstehen dass sie auch Kompromisse eingehen müssen ich kann ihnen nicht sagen wann das passieren wird aber die gute Botschaft ist dass die NATO Bündnispartner und auch Deutschland sich verpflichtet fühlen in Afghanistan zu bleiben um eine politische Lösung herbeizuführen und wir sagen oft bei der NATO dass wir nach Afghanistan gegangen sind und wenn die Zeit reif ist dann werden wir auch wieder zurückziehen das ist genau die Botschaft die wir aussenden Herr Generalsekretär meine Damen und Herren wir haben leider keine Zeit mehr es gibt natürlich noch so viele Dinge die diskutiert werden müssen das heißt sie müssen zurückkommen zu unserer Körperstiftung das nächste Mal bekommen sie auch ein gutes Frühstück ich verspreche ihnen das vielen Dank dass sie heute hier waren vielen Dank dass sie zugehört haben ihre Fragen gestellt haben ich möchte auch noch sagen Herr Generalsekretär sie haben wirklich den Dialog hier gerockt sozusagen und sie haben das auch schon im Kongress in Amerika getan und ich denke auch im Bundestag werden sie das gleiche tun vielen Dank vielen Dank